Willkommen beim Quiz-Extreme. Einleitung. Zehn Fragen je Folge. Ansteigende Schwierigkeit je Folge. Heute fortgeschritten. Antworten, wenn ihr glaubt sie zu wissen, in die Kommentare. Und nun viel Spaß beim Quiz. Welches Ereignis markiert den Beginn des Ersten Weltkrieges? Welcher britische Premierminister führte das Land während des Zweiten Weltkrieges? Wer schrieb das Buch Die Odyssee? Welcher chemische Stoff ist für die grüne Farbe von Pflanzen verantwortlich? Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Welches ist das zweitgrößte Land der Welt nach Fläche? Wer entdeckte die erste Antibiotika-Substanz, Penicillin? Welcher Künstler schuf das Gemälde der Schrei? Welcher Astronom formulierte die nach ihm benannten Kepler'schen Gesetze? Welche bedeutende historische Stadt wurde bei einem Vulkanausbruch im Jahr 79 nach Christus verschüttet?